Gewinnen die Niederlande mit diesem Kader die WM? Andries Jonker hat den niederländischen 23er-Kader für die Frauen-WM bekannt gegeben. Dabei sind unter anderem Jill Roth, Lynn Williams und Dominik Jansen von Wolfsburg. Aber auch viele weitere Stars lassen sich in dem Aufgebot finden. Wie weit kommen die Niederlande im Turnier? Schreibt's gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Plus wegzumachen.